Bar 25, unser Himmel, ins Hirn gebrannt sei dein Name. In dein Eingang ich komme, dein Programm geschehe, wie im Zirkus so auf dem Dancefloor. Das ist normal, ne? Ja, Realitätssucht würde ich das nicht nennen. Wie man so sein Leben leben möchte, das hat man hier so quasi umgesetzt. Es ist einfach nicht nur ein Laden und ein Job, sondern es ist halt alles, es ist wirklich ein Dorf. Also die einzige Berührung, die wir ja mit der Realität haben hier, ist das Wetter. Demnächst soll es ja auch mal einen Kiosk mit Lebensmitteln hier geben, weil es schon schwierig ist, nach draußen zu gehen. Es ist schon hart. Das ist auch immer das Schlimme, man kommt hier mal nie raus. Oder man kommt irgendwann raus, bloß man weiß nicht genau wann. Die Zeit ist eben nicht mehr in 24 Stunden eingeteilt, sondern auch mal in 37 oder 72,5. Wo man jetzt darüber diskutieren kann, ob der natürlich ist oder nicht. ... ... ... ... Bleib nicht dabei, einfach davon zu träumen, sondern schnapp dir deine Freunde, weil mit vielen kann man viel erreichen. Wenn du eine Idee im Kopf hast, macht sie einfach. Das ist, glaube ich, so das Lebensgefühl. Wir wohnen in dieser Stadt und wir wollen diese Stadt so haben. Es macht Freude, das mit anzusehen.